Zürichsee 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 I ha'n gehn' von ganzem Herzen, d'änt mir schüüli weh, wenn i müßt i dänke, dat sich imm söt n'mer gsseh' I ha'n Schatz am schönen Zürichsee, so gibtsse keine meh, von Juli au ud i Drum geh ich immer gern an die Zürisee, wo ich mein Schatz kann sehen Ah, du, ja Ich hab' einen Schatz am schönen Zürisee, so gibt's ja keinen mehr Ah, du, ja, du, ja, du, ja Drum geh ich immer gern an die Zürichsee, wo ich meinen Schatz kann sehen. Oh, du, ja. Ich hab' einen gern von ganzem Herzen, da zur Schule weh. Weil ich müsste denken, dass ich ihn so nicht mehr getrennt. Ich hab' einen Schatz am schönen Zürichsee, so gibt's ja keiner mehr. Oh, du, ja, und ich. Drum geh ich immer gern an die Zürichsee, wo ich meinen Schatz kann sehen. Oh, du, ja, und ich. Ich hab' einen Schatz am schönen Zürichsee, so gibt's ja keiner mehr. Oh, du, ja, und ich. Drum geh ich immer gern an die Zürichsee, wo ich meinen Schatz kann sehen. Oh, du, ja. Ich hab' einen gern von ganzem Herzen, da zur Schule weh. Weil ich müsste denken, dass ich ihn so nicht mehr getrennt. Ich hab' einen Schatz am schönen Zürichsee, so gibt's ja keiner mehr. Oh, du, ja, und ich. Drum geh ich immer gern an die Zürichsee, wo ich meinen Schatz kann sehen. Oh, du, ja. Ich hab' einen gern von ganzem Herzen, da zur Schule weh. Weil ich müsste denken, dass ich ihn so nicht mehr getrennt. Ich hab' einen Schatz am schönen Zürichsee. Das ist ja, und ich hab' einen Schatz am schönen Zürichsee. Herr Regierungsrat, Herr Gemeinderatspräsident, Herr Stadtpräsident, Frau Stadträtin, Herr sehr geehrte Damen und Herren von der Unternehmervereinigung Bezirk Horgen und vom Kantonalen Gewerbverband, sehr geehrte Damen und Herren von der Hochschule Wädischwil und von der Forschungsanstalt Agroskop Wädischwil, sehr geehrte Damen und Herren von der Primar- und Oberstufenschulpflege, liebe Gäste, liebe Ausstellerinnen und Aussteller, liebe Wädischwilerinnen und Wädischwiler, ich begrüsse Sie alle zur Eröffnung der GEWA 007 ganz herzlich. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Schon sind wieder sieben Jahre seit der letzten Gewerbeausstellung hier in Wädischwil vergangen. In diesen sieben Jahren ist auch bei uns die Zeit nicht stillgestanden. Es hat sich vieles verändert. Wädischwil entwickelt sich immer mehr zu einer Bildungsstadt und ist auch daran, sich baulich stark zu verändern. Unsere Stadt verändert sich so stark, dass wir bald auf einer Wolke träumen können. Nach einer langen und intensiven Vorbereitungszeit können wir heute unsere GEWA 007 eröffnen. Eine Ausstellung in dieser Grössenordnung auf beiden Stellen ist heutzutage ohne Sponsoren nicht mehr möglich. Ich danke darum unseren Hauptsponsoren und allen, die unsere Gewerbeausstellung in irgendeiner Form unterstützen. Es freut mich persönlich sehr, dass wir das Abzeichen GEWA 007 zusammen mit der Montagewerkstatt Stiftung Bühl, einer in Wädischwil seit Jahrzehnten ansässigen Institution, entwerfen und gestalten konnten. Sie haben jetzt die Gelegenheit, die Vielfalt vom Wädischwiler Gewerbe kennenzulernen. Sie haben dabei die Möglichkeit, bestehende Kontakte zu Handwerkern und Gewerbe zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren und beraten zu lassen, Neues kennenzulernen. Pflegen Sie aber auch die Geselligkeit. Sie ist ebenso wichtig in unserer Gesellschaft. Lassen Sie sich von unserem vielfältigen kulinarischen Angebot verwöhnen. Nehmen Sie sich Zeit, geniessen Sie das tolle Unterhaltungsprogramm und das Zusammensein in einer fröhlichen, entspannten Atmosphäre. Ich wünsche allen Ausstellerinnen und Ausstellern eine erfolgreiche GEWA 007, dass alle Erwartungen erfüllt, ja vielleicht sogar noch übertroffen werden. Den Besuchern wünsche ich viel Freude beim Rundgang und allen zusammen recht viele gemütliche Stunden. Oh, Entschuldigung. 15? Wer ist da? Ja. 007? 007? Ja, die richtige 007? Ja, der von England? Ja. Ja, wo sind Sie denn? Wo? Ja, sie sind heute gekommen, ja. Ja, ich habe ihn recht überrascht. Ich bin 007 gekommen. Wo ist sie denn? Ja. Hi Bernie! Hi! 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 Nice party! Ahih! Hi! 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 Enjoy the party. Also, damit ist G1 07 eröffnet. Die Ehre-Gäste kommen jetzt mit uns auf den Rundgang. Die Aussteller bitte ich, an ihre Stände zurückzukehren. Und ich wünsche allen viel Vergnügen. Danke! Peter, wir zwei. Bist du ganz oben? Das werde ich mal in der Übrigen. Biotechnologie, Chemie, Umwelt und natürliche Ressourcen. Und von facility management. Wir sind unterstützt worden. Wir sind in dieser Institutionen. Land und Förderung Zürich Parkside. Swiss Biotech Association. BHO 6. Und auch BGSGRO. Das Gründniszentrum Baden-Württemberg. 7. 4. 4. 7. everything. Ähm. 22. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 7. Und sie sagen heute, wir können 90 bis 90 Prozent der Branden mit dem machen. Also wir haben 600 Liter Wasser drauf. Und man effizient einsetzt das Wasser, wie früher? Ja, früher. Danke schon in der Mitte. Heute schaffen wir mit Druck. Ja, mit Druck. Wir stellen dann noch Wasser rein. Ja. Ja, 600 Liter. Nur 600 Liter? Ja, ich bin dran. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Hallo, ich bin ein Schuss. Hallo, ich bin ein Schuss. Ja, du, ich setze mich gerade in die Kühle. Ich finde es nicht so, dass es sich umlaufend ist. Ja, ich bin dringend. Wie kann ich das noch machen? Hallo, ich habe einen Schuss hier. Hallo. Hallo, ich bin ein Schuss. Ich habe einen Schuss wieder an. Ja, doch, ich habe die Kühle noch ein Schuss. Ich habe mich jetzt im Hölle. Ja, ich habe den Kühle noch einen Schuss. Ja, ich habe den Kühle noch einen Schuss. Ich bin ein Schuss. Das ist jetzt ein Schuss, das hat sich ca. Und? Es ist der erste Geflug in Neuelit. Er kommt schnell. Er kommt schnell. Der ganze Nacht. Er ist ein Blut. Er ist ein Blut. Die Lieder sind zu groß. Er ist zu groß. Er ist zu groß. Er ist zu groß. Nun kann man das zu groß. Er ist zu groß. Das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.